Musik Na, findest du etwa nichts Passendes? Wie wär's denn damit? Der Crossover Jugendgottesdienst Der findet am 18. Oktober um 14 Uhr in Plauen statt und wird live auf dem YouTube-Kanal Neuapostolische Kirche Nord- und Ostdeutschland gestreamt. Da aber jeder schon YouTube-Gottesdienste kennt, haben wir uns noch ein paar Specials überlegt. Das Ganze ist ein gebietskirchenweiter Gottesdienst. Das heißt, vom Erzgebirge bis zur Nordzielküste über Polen bis nach Skandinavien und Großbritannien werden Jugendliche den Gottesdienst verfolgen. Die Co-Predigt kommt nicht aus Plauen, sondern aus einer anderen Gemeinde in Nordostdeutschland. Die Beiträge und Einspiele im Gottesdienst kommen aus der ganzen Gebietskirche. Es kann also gut sein, dass dir bekannte Gesichter begegnen. Den Gottesdienst musst du nicht alleine zu Hause schauen. In den meisten Bezirken in Nordostdeutschland wird es sogenannte Satellitengemeinden geben. Du kannst dich also mit deinen Freunden treffen, den Gottesdienst gemeinsam schauen und Heiliges Abendmahl feiern. Wo du deine nächste Satellitengemeinde findest, erfährst du bei deinem Jugendleiter. Nach dem Crossover könnt ihr dann auch noch beisammen bleiben. Natürlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln. Du kannst dich auch noch beisammen bleiben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020